was ihr im hintergrund so schön hört ist der schöne die schöne u-bahn bei pillow oder straßenbahn besser gesagt aber lasst euch nicht beirren oder ich höre schon den ersten teil glaube ich das gibt es nicht warum kann er meine smart bist du in der zeit nichts ist klar so und wenn wir in unserem teilen trennen unserem kleinen männer spielzeug warum man die zeit mehr und da ist er dumm jawohl und er auch noch kommen kommen den kriegen wir auch noch unter jawohl und haben einen kaputt gemacht sehe ich das gerne warum sie mir jetzt unsichtbar ausschalten da wird unsere flacke gerade ein geholt das finde ich gar nicht gut das finde ich weniger lustig 23 shit ah man kurz bevor ich ihn immerhin einen noch ein pilot noch mit ausgeschaltet müssen da echt mal mehr auf unsere flagge achten das ist echt ja schon wieder der nächste der uns flagge hat wir sind dazu was geht bei dir gerade ab erfahren die sonderschichten oder was hello noch verdammt bin ich gerade so abgegangen fahren über die sonderschichten und der s bahn nein warum also immer so im moment gerade ziemlich laut ist so wir bleiben bei unserem laut mit unserem aufklärer und unserem teilten weil das ist ganz gut klar mit der smart pistol aber wir müssen wie gesagt wir müssen mal mehr die gegnerische flagge einnehmen das kann so nicht weitergehen oder unsere schützen ach komm schon ach niemals mit der scheiß schrotflinde vorgesehen 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 ich muss mal das loadout wählen ändern ich meine ich jetzt auch mal mich mal die die schrott mal gucken wie die so ist vor mann da wisst ihr moment von allen seiten abgeschossen ist ja nicht mehr lustig ja das gibt es doch nicht sicher ich kriegte nicht an die sieben meiner smart pistol und der kriegt mich anvisiert ist nicht normal ja sagt doch dass das schon ein titan ist was wo ist das schon wieder ein titan jetzt bin ich unter dem haus kacke ich kann meinen titan erst in einer minute aktivieren wie krass ist das denn oh man da laufe ich voll in die gegnerischen wälder rein da ist einer von uns runtergekommen oder ja da hat sie mir den pillo das war schön unsere flagge ist schon wieder weg warum ist wo ist die denn schon wieder müssen wir dir jetzt erstmal hierher holen wieder und haben wir sie wieder zurückgeholt alter schwede der war schon fast vor der eigenen base wieder also diese minions die sind ja echt krass schwer zu kaputt zu machen mit der schrott verwendet finde ich gar nicht gut und da kommt die nächste straßenbahn vom pillo ich denke da müssen wir mal die anti titan weppen raus holen eskortieren da guck mal ja da ist einer unserer schade so den piloten haben wir kaputt gemacht war unsere flagge holt hat und den kriegen wir auch noch aber nicht mit mir ich werde jetzt hier verteidiger der flagge spielen ganz im ernst weil keiner von unseren teammates das irgendwie fertig kriegt was alter da gucke ich einmal nicht hin weil mich doch verarschen oder toll auch noch im typen alter ja hinter mir kann ich nicht irgendwie warum ist denn unsere flagge schon wieder auf äh on tour das ist doch echt scheiße ganz toll 5 0 will ich verarschen 5 0 ach na klar schon wieder nicht wo sind wir jetzt hin oh nein nicht mit mir nicht mit mir wo seid ihr auf kommt versucht eine flagge zu holen und eigentlich erst mal einen titan rufen aber ich lasse es weil ich genau weiß dass hier gleich wieder einer kommt da ist einer von uns da kommt einer hahaha coole muss ich weiß nur ja natürlich mit der smart pistol ich hab den noch ja ich weiß aber ich bin schon wieder da ja stufe 4 jawoll da hinten gehört aber das hört sich auch grad nach einem titan an na klar na klar haha ach sicher aiming sheet an und da was na ja ausschalten ich weiß bescheid oh nein 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 wir müssen den titan hier kaputt machen aber toll ich bin ganz toll puh haben wir nochmal hier geholt ja aber jetzt ab ab zum schiff jetzt habe ich gehört das spiel das spiel ist total verpackt ehrlich gesagt macht zwar bock aber du stehst hinter der mauer und bist trotzdem getroffen also ich bei mir war es jetzt noch nicht so der fall ist was ich halt jetzt krass fand dass die anderen ziemlich gut mit der smart pistol da umgehen können ist doch noch am leben ne ich bin tot weil ich durch die wand schon wieder abgeschossen bin so ja erster an unserem team aber das bringt uns leider reichlich wenig wenn wir keine flaggen einnehmen schade eigentlich so mal gucken welche erstmal die freischaltung genau ip 5315 sehr schön stufe 3 und stufe 4 genau die hälfte freischaltung neues titan layout und herausforderungen einmal den der spieler mit den meisten punkten in ihrem team sein jay alles klar uhr relikt die map die kenne ich auch noch nicht aber immer noch capture the flag achso genau titan layout artillerie ach wir haben erst viertel nach acht ich dachte schon wir haben schon zehn oder so herausforderungen ja das macht schon bock aber das ist ein bisschen verpackt noch also zum beispiel man sprinten in der wand und irgendwie trotzdem der letzte treffer kriegt dich trotzdem irgendwie das ist ein bisschen blöd ok man sieht ja die killcam also ich weiß nicht wie genau die killcam ist mhm aber wenn die so ist wenn die halt genau ist so wie halt der spieler das macht dann wundert es mich dass du mir dass ich überhaupt getroffen werde naja ok kennst du ja so typisch counter-strike wenn du da beobachtest dann zielt ja auch irgendwie ja ja klar und trifft trotzdem ja also ich weiß nicht wie akkurat das jetzt ist und ähm ja finde ich halt schade ja das gibt doch eigentlich schon cheater die irgendwie da drin anruhen mosern sind und irgendwie wollen die ja direkt irgendwie bannen den ganzen account sperren von EA oder sowas keine ahnung die suchen die ja regelrecht ne also die tracken die ok krass und sowas richtig übel finde ich aber gerechtfertigt die leute spielen das spiel nicht und wer kriegt es ab der entwickler weil er nichts dagegen tut ich bin dafür dass man direkt irgendwie die ganzen den ganzen account dann quasi sperrt richtig und alle spiele mit und wenn halt ein account auf dieser ip ist muss erstmal angefragt werden auf gut deutsch gesagt ja sehe ich ganz genau so so und nächste Runde nächstes Glück Map Relikt und äh wir gucken mal wo ist unsere eigene Flagge die ist hier ich werde jetzt auch erstmal hier bleiben wo und die Flagge ein wenig safer wo denn ja 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 genau alter das ist nicht nochmal so da kommen nämlich schon die ersten und ja tsch 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 und tsch Untertitelung des ZDF, 2020